In Patrick's Power Box muss man Boxen in Boxen verschieben. Es ist ein Rätselspiel. Es gibt gewisse Punkte, wo man die Boxen hinschieben muss. Dann muss man auf einen eingezeichneten Standpunkt. Man kann Boxen in Boxen schieben und darin kann ein Standpunkt einer Rocks sein. Um es richtig zu verstehen, sollte man es selbst spielen. Patrick's Power Box bietet ein ansprechendes und einfach gehaltenes Design. Der Einstieg ist leicht und verständlich gestaltet, wodurch die späteren Rätsel gut vorbereitet werden. Diese haben ihren Angelpunkt im Spiel mit Größen und Dimensionen, wodurch zum Knobeln eingeladen wird. Es ist sehr zu empfehlen für Rätselfans, die auch nicht vor anspruchsvollen Aufgaben zurückschrecken.